Haben wir noch Energie nach deinem 4-Stunden-Video? Gib mir einen guten Schrei, so ein A. Ey, ich hab nur ein Viertelsteifen. Wenn ihr rausfinden wollt, warum Rezo nur ein Viertelsteifen hat, guckt ein Video. Nimm dir eine Mate. Ich dachte, du schreist mich jetzt richtig an, wenn ich das sage. Einmal so A. Das war auch kein guter Schrei. Ja, guck. Nee, ich bin so ein friedlicher. Ich kann gar nicht schreien. Ich weiß gar nicht, wie man schreit. Du bist die Schweiz. Ich halte mich raus, so shit. Ich hab noch nie Streit gehabt. Noch nie eine öffentliche Auseinandersetzung gehabt. Why the fuck you like? Und genau darum geht's auch in diesem Video? Stress, Streit. Richtig, wir kämpfen. Wie jedes Video. Ja. Wir kämpfen gerne. Ich freu mich. Ja, zu Anfang dieses Videos können wir einmal unseren Check machen, den wir seit Jahren jetzt haben. Was, Bruder? 3, 2, 1. Wenn du das machst, ist das irgendwie was anderes. Es tut dir richtig weh, ne? Du machst es irgendwie komisch. Ja. Nein, 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 nein. Wir sind nicht jetzt schon mal ein bisschen rum. Wir nehmen nicht mal eine Minute auf. Nee, ey, ist alles gut. Meine Spangen ist jetzt vor Aufregung verrutscht, oder? Ja. Soll ich die richten? Weiß nicht, ob du das kannst. Wenn du nicht derben kannst, was kannst du da? Doch, ich kann die Spangen richten. Warte. Die muss gleich aussehen. Ich muss die an. Ich glaube jetzt gleich. Oh, nee. Du sagst mir auch nicht, dass hier so Haare abschieben. Ach so, ich muss nicht. Das ist meine Aufgabe. Das ist deine Aufgabe. Ich hab auch deine Haare gerichtet. Ja, aber ich hab dazu aufgefordert. Passt das jetzt? Alles. Okay. Top. Deine sind auch da. Gut. Ich will erstmal nur kurz sagen, ich freu mich, dass du hier bei mir in Amsterdam bist. Was für eine Ehre, dass du hier extra einreist für mich. Ja, wirklich ja. Und ich will auch noch sagen, du kannst dich auch geehrt fühlen, weil du bist der einzige YouTuber, mit dem ich konsistent zusammenarbeite. Einfach der einzige, mit dem ich seit Jahren, seitdem ich 17 bin. Das war, roast ich ja ganz gerne Sachen. Jedes Mal treffen wir uns und zanken uns ein bisschen im Video. Ja. Aber das ist ja auch das, was es dann frisch hält. Mit Liebe machen wir das. Wir zanken uns mit Liebe. Und das tun wir auch heute wieder. Ich hoffe. Das sieht schon weird aus. Wir haben Zwiebeln, wir haben Chili, Zitrone, Hot Pickle. Ekelhaft. Digga, das sieht schon eklig aus. So eine ganz dicke Pickel. Auch so abgepackt, so amerikanisch irgendwie so. Und das ist ein extrem sour. Also am wenigsten Bock habe ich auf die Pickels. Ja, du hast jetzt eine Sache gekonnt übersehen. Oh. Wohin? Das ist ein Arschgeweif. Hier hin kommt das dann? Genau. Oh, ich freu mich. Was ist, wenn ich da schon eins habe? Ist das ein Problem? Dann machen wir eine kleine Doppelung. Einfach, das kommt da oben drüber. Ja, okay, dann geht's. Natürlich werde ich nur kreativ, wenn ich Besuch kriege und vor allem adeligen Besuch. Der Adel der Influencer-Szene. Und ich habe mir überlegt, ja, machen wir doch mal wieder ein kleines Spiel. Weil wir beide uns ja gerne in Situationen begeben, in denen wir eventuell gecancelt werden. Eventuell. Eventuell. Dachte ich mir, wir spielen ein Spiel, was so heißt wie, wer wird schneller gecancelt? Ohne Scheiße. Allein der Titel. Das Spiel, das heißt so, wer wird schneller gecancelt? Cool. Also nach diesem Video hat einer von uns beiden, vielleicht auch beide, keinen Job mehr. Ja. Die Karriere ist beendet. Richtig. Das ist das Ziel von dem Video. Wir beide tanzen mal gerne so zwischen gecancelt, nicht gecancelt. Wir grinden so auf der Edge so rum. Richtig. Du dabst auf der Edge rum. Nein, 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 nein. Nicht noch. Attacke. Ich dabbe andersrum. Ich so. Genau, deswegen dachte ich mir, machen wir es doch mal gezielt. Gucken wir doch mal, wer es besser schafft, gecancelt zu werden. Und zwar funktioniert das Spiel so. Wir haben einmal hier eine Schale. In dieser Schale stehen Themen drin. Und es sind ganz, ganz unterschiedliche Themen, über die du so 30 Sekunden Zeit hast, extrem hart zu ranten. Und ich halte währenddessen so ein wunderschönes Schild hoch, wenn ich denke, jetzt bist du gecancelt. Zum Beispiel wenn, ja wenn ich sage Zwiebeln zum Beispiel, dann musst du sagen so. Wenn ich jetzt nur sagen würde, Zwiebeln sind doof, die mag ich nicht, dann würdest du es nicht hochheben. Dann hätte ich verloren. Dann hast du verloren. Aber wenn ich jetzt irgendwas menschenfaches sagen würde, dann hätte ich gewonnen. Dann würdest du es hochhalten und würdest sagen, ja, dafür wird er gecancelt. Genau, dann halte ich das hoch und dann sage ich, Digga, canceled. Das ist vorbei. Und wir müssen praktisch entscheiden, wenn man so denkt, oh mein Gott, du bist halt 100 pro gecancelt dafür. Das Ziel dieses Videos ist, dass wir gecancelt bekommen. Richtig. Und wenn du es nicht schaffst, dann haben wir hier eine Schüssel voller Bestrafungen aller Art. Also wir haben nicht nur die hier, wir haben auch Sachen anderer Natur. Das musst du dann rausfinden. Ich habe die Strafen zwar geschrieben, aber die Themen habe ich nicht geschrieben. So, das ist nicht meine Schuld. Das war mein Team. Team Sofia und Fiona. Lieben Dank. Ich würde trotzdem mein Team sagen, es wirkt größer. Es wirkt größer, das wirkt so wichtig. Fiona und so. Mein Team im Westflügel haben die gesessen, als ich das gemacht habe. Genau, genau. Und dann haben wir Bestrafungen. Die habe ich geschrieben. Dabei wurde ich ganz böse. Ich will auch viele von diesen Bestrafungen wirklich nicht bekommen. Also ich habe bei vielen geschrieben und mir dabei gedacht, dass du das kriegst. Und dann fand ich es witzig. Ah, das ist dann cool. Ja, und natürlich ist das lustig an dem ganzen Jahr. Wir müssen ja trotzdem aufpassen, dass wir halt legit nicht wirklich gecancelt werden. Ja, also es muss so viel sein, dass der andere sagt, okay dafür wirst du gecancelt. Ja. Aber nicht so viel, dass man gecancelt. Ja. Das ist ein ganz schmaler Grad. Das ist ein ganz schmaler Grad. Also Leute, ich hoffe euch das gefällt das Spiel. Ich hoffe uns gefällt das Spiel. Ich hoffe, ich habe danach noch eine Karriere. Ich hoffe auch. Eventuell. Aber danke, dass du deine Karriere für ein YouTube-Video von mir gefährdest. Ja, mache ich gerne. Gib dafür doch mal gerne ein Like. Ich finde auch. Das ist doch etwas wert. Der letzte Like, den ich jemals bekomme, weil es mein letztes YouTube-Video ist. Also hier dein kleiner Kanzel-Setting. Mhm. Dankeschön. Das könnte aber auch so wie so ein Mag-Shot sein. Wer hätte den schöneren Mag-Shot von uns gesehen? Ja du Digga, du bist so photogen. Also komm fiktig, als wäre das jetzt eine Frage zwischen uns, wer photogener ist. Wer ist... Kannst das nochmal sagen? Wer ist photogener von uns? Wer hat den schöneren Mag-Shot? Ich. Na Spaß. Ich finde schon, du hättest schon mehr Swag auf eine Mag-Shot. Stell mal vor, du vor so einer grauen Wand und dann so... Aber wie soll ich gucken? Also wenn ich jetzt einen Mag-Shot hätte. Ich habe ja nur ein Foto, das kann ich dann rumzeigen. Soll ich eher so gucken? Weißt du so ein bisschen, ich bin eigentlich unschuldig? Das ist eher so. Das war doch gerade nicht unschuldig. Das ist doch alles. Das hast du gerade frisch Botox ins Gesicht bekommen. Du guckst so und du so. Nein, wenn du unschuldig bist, guckst du so. Okay, da haben wir dich freigesprochen. Ja und ich guck so. Du guckst so alphamäßig. Ich bin ein alphamäßig in dem Moment. Ich bin so... Sie haben mich gekriegt, aber ich lasse mich nicht unterkriegen. Genau, das ist mein... Oh mein Gott, und ich kann das nicht rein. Er hat mir halt gerade das Lustigste der Welt erzählt. Das Video ist an der Stelle vorbei. Man kann es leider nicht reinnehmen. Das Video wird nicht mehr lustiger, aber ich kann es nicht reinnehmen. Das geht nicht. Das ist ja so lustig. Wieso hat mich gerade Offcam wirklich fertig gemacht? Das ist viel. Das ist viel. Wir haben jetzt unsere mugshots, das ist schon mal fertig. Wir können ja auch die mugshots immer einblenden, wenn der andere gecancelt ist. Einfach mal so... Ja. Du bist uncancelbar, Loki, oder? Ich bin so gar nicht uncancelbar. Ich habe das Gefühl, dadurch, dass ich so ein paar Sachen gemacht habe, wo Leute gesagt haben, das finde ich cool, dass er das gemacht hat, ist der Grad, wofür ich gecancelt werde, schmaler geworden. Andere Leute könnten Sachen machen, aber ich werde dafür, glaube ich, dann gecancelt. Ja, wir machen beide durch unseren kleinen Zeitaktivismus unsere Angriffsfläche viel, viel größer. Ja. Wir müssen, eigentlich müssten wir, um diesen Korridor wieder zu erweitern, also dass wir für mehr Sachen nicht gecancelt werden, müssten wir häufiger diese Grenzen erweitern. Und das ist das. Das ist das. Wir erweitern jetzt die Grenzen. Und ich würde sagen, weil du der Gast bist, fängst du doch einfach mal an. Nicht gucken und einfach eins ziehen. Ah, ich bin so aufgeregt, ich weiß nicht, was das ist. Astrologie. Sternzeichen an der Stelle. Leute glauben ja daran, wir wissen das alle, dass es manche Leute gibt, die sagen so, oh, auch, äh, Pisces ist irgendwie so. Das ist halt alles so trash und ihr redet euch das nur ein, weil ihr keine Persönlichkeit habt und deswegen mit so einem Quatsch ankommt, um euch eine Persönlichkeit zu geben, die ihr gar nicht habt. Ihr seid so schlechteren, andere Leute zu interpretieren und einzuschätzen, dass ihr ein Buch braucht, was euch eine Antwort darauf gibt, weil ihr nicht damit klarkommt und simple Antworten braucht. Ihr F***. Reicht das nicht? Zeits um, also da sag ich persönlich, dafür kann ich dich nicht canceln, weil ich dir auch einfach an jedem Punkt zustimme. Ich bin so F***. F***, ja. Wunder Pro. Wir haben leider keine Check. Ich so, go Rezo, go Rezo, go. Es war für mich nicht canceln. Es war nicht, aber was hätte ich denn sagen können? Jetzt nur mal den, den Korridor klassen. Also vielleicht hätte ich gesagt, ihr delusional H***. Was denkt ihr eigentlich, warum denkt ihr euch so eine Sch***? Ich hätte so angefangen. Ach, mehr Fluchen. Ihr dummen Vollidioten. Eure IQ ist unter 10. Gut. Danke. Slay. Slay. Okay, ich muss eine Strafe bekommen. Ja. Ich merke selber, ich habe mich abgeliefert. Oder du warst so nett. Wir müssen uns in Rage reden. Wir müssen da reinkommen. Genau, ich muss da noch ein bisschen rein. Thirst Trap posten. Aber nur als Story, jetzt nicht als Post. Ja, nur als Story. Was heißt das? Das muss ich genau machen. Ich bin nicht so unschuldig. Ich bin nicht so einer. Ich bin nicht so einer. Ich bin nicht so einer. Ich bin kein Thirst Trap Poster. Dann, ich würde sagen, du machst so entweder im Spiegel, wo du dein T-Shirt bisschen hochhebst und guckst dann so ein bisschen Fuckboy-mäßig und darunter musst du auch so ein Lied machen. Weißt du so? Jump on it. Let's do this. Rezo macht den Thirst Trap. Schreibt dazu, wer ist noch wach mit einem Flammen-Emoji. Also soll man die Boxer-Short sehen wir nicht. Doch, ist gut, wenn man die sieht. Also soll ich so ein bisschen showen? So? Ist das so in Ordnung? Oh mein Gott! Ja! Und dann musst du jetzt noch so ein Lied dazu machen und dann so schreiben, wer ist noch wach mit so einem Flammen-Emoji. Oh mein Gott, ich bin so... Oh, das ist so unangenehm. Ich kann nicht. Ich bin so froh, dass ich das nicht bekommen habe. Okay, wir können zurück in die Arena. Oh mein Gott, das ist wirklich vor allem um 18 Uhr zu posten, wer ist noch wach, ist auch einfach cringe. Das ist so unangenehm, Digga. Du hättest mir mehr auf Astrologie scheißen sollen. Es ist gepostet. Oh mein Gott, Digga. Ich finde, dass es halt gerade... Es ist nicht zu viel, dass es so jedem direkt auffällt, sondern es ist schon der erste Gedanke ist, ach nee, mach das nicht. Es wirkt halt ernst. Vor allen Dingen, weißt du, warum das besonders ernst wirkt? Ich habe gestern mein Hotelzimmer gepostet und das ist halt so ein... Da habe ich halt so eine Sauna drin und so ein großes Whirlpool und so. Also das ist so ein... so ein... date Hotelzimmer. Oh mein Gott. Und nachdem ich so ein Hotelzimmer poste, das ran zu posten? Oh mein Gott. Es wirkt halt, als würdest du jemanden einladen wollen. Oh mein Gott. Du bist so ein alter Fuckboy. Du bist dran. Scheiße, okay. Du weißt, was passiert, wenn du es nicht ordentlich machst. Scheiße, jetzt bin ich nervös, okay. Werde gecancelt. Werde gecancelt, werde gecancelt, werde gecancelt. Du schaffst das. Ich glaube an dich. Ich kann das doch sowieso gut. Dubai. Dubai ist eine Stadt für reiche, dumme... Die nichts besseres im Leben zu tun haben, als vom Kapitalismus zu profitieren. Das ist die Elite, in der ich kotzen könnte. Alle homophob, die dort leben. Alle, die das unterstützen. Loki auch homophob, Unterstützer. Ich will, dass hier alle sterbt. Ab dem Sterben war es cancelled. Yay. Ich glaube, das ist gerade die Grenze überschritten. Weil, Digga, das was du vorher gesagt hast mit, da sind nur reiche Wichser, so... Das kann man sagen. Das kann man sagen. Niemand wird sagen, cancel. Jeder wäre so Slay. Aber nachher so alle, die da sind und auch die, die die kennen und alle, die sollen sterben, weil das ist so... Das war ein guter Cancel-Vibe. Ja, wenn ich allen sage, sie sollen sterben, ist zu viel, ne? Ja. Das ist zu viel. Ja. Das darf man nicht. Oh Mann. Mann, ich wollte aber... Du bist cancelled. Ich finde, das ist fein. Ja! Ich versuche mir jetzt Mühe zu geben. Okay. Gendern. Gendern ist einfach lost. Leute, die gendern, die sind einfach dumm. Einfach nur Leute wollen aufmerksam... Ja, ist schon genug, ne? Leute wollen nur Aufmerksamkeit dafür. Du wurdest gecancelt. Ich wurde so gecancelt. Ich werde so gecancelt. Du bist gecancelt. Gecancelt. Es war eine nette Karriere, die du hast. Es war eine schöne Zeit. Aber es ist vorbei. Es ist zu Ende jetzt. Aber das ist auch so ein Thema, wo man nicht viel sagen muss. Nee. Also das reicht ein, zwei Sätze. Ja. Vorbei. Du hast es in zehn Sekunden geschafft, gecancelt zu werden. Halt dein Schild. Ich halt mein Schild. Selbsthilfegruppen. Ja. Ja, holt euch halt einen Therapeuten. Redet nicht in der Gruppe. Das ist cringe. Ihr wollt alle nur Aufmerksamkeit haben. Selbsthilfegruppen sind für Leute, die einfach wirklich zu viel Aufmerksamkeit brauchen. Okay. Perfekt. Ich dachte zuerst, du hättest auch auf so Reichtum gehen können. So könnt ihr euch keinen Therapeuten leisten. Gut. Das wäre sozusagen ein Therapeut für euch. Cringe. Ihr teilt euch allen Therapeuten. Wir sind jetzt drinnen, glaube ich. Wir sind komplett im... Jetzt ist der Cancel-Train. Kann ich mehr halten. Rezo. Ich wünschte, ich hätte das. Rezo ist ein kleiner blauheiriger H***, der nur Aufmerksamkeit möchte. Ich bin dafür, dass Rezo... Der menschliche Wert von Rezo ist schlecht. Mir fällt nichts ein. Du bist durch. Wenn ich jetzt sage, Rezo ist wertlos und bescheuert und... Dafür wird man doch nicht gecancelt. Das sagen Leute. Ja, dann hättest du irgendwas Gottloses über Rezo raushauen müssen. Was denn? Rezo F*** Ziegen. Ah, was behaupten einfach. Ja, du schaffst es einfach nicht in 30 Sekunden dich selbst zu canceln. Oh mein Gott, Alter. Wir machen halt... Nein, nein, nein. Du kriegst jetzt auch noch on top ne Strafe. Weil du es nicht geschafft hast. Es tut mir leid. Ich bin ein böser Mensch. Ich bin ne Teufel. Okay. Arschgewei. Ich kriege das Arschgewei. Aber ich muss mich nicht komplett jetzt entblößen. Du musst nicht dein Arschloch in die Kamera halten. Ich muss nicht meine Hoden in die Kamera halten. Noch nicht. Vielleicht steht es bei einer anderen Strafe. Aber gerade aktuell nicht. Es reicht. Außer du möchtest gerne. Es reicht, dass du das da so drauf machst. Es reicht, dass ich es da drauf mache. Das heißt, da könntest du es einfach drauf machen? Ja. Das Video läuft gut für mich. Ja, finde ich auch. Also für dich ist es super. Ich mach einfach grad wie so ein Arschgeweih, Leute. Du kannst auch noch nachträglich dein Arschgeweih posten. Ja, voll schön. Oh mein Gott. Slay. Machst du ein Foto? Ich will ein Foto. Loki wirklich ein Slay. Das ist so schrecklich. Das ist so schrecklich. Du hast jetzt einfach ein fucking Arschgeweih. Okay, ab jetzt gibt es keine Schonung mehr. Egal, was ich ziehe. Es wird menschenverachtend. Das beste Video auf meinem Kanal. Ich glaube, in den DMs hab ich gerade so den Vibe bekommen, dass Leute wirklich denken, das ist ernst gemeint. Ja, es wirkt auch sehr ernst. Du hast es gut gemacht. Couple-Accounts. Ihr werdet euch trennen. Ihr werdet euch trennen. Jeder, der einen Couple-Account hat, wird sich trennen. Ich weiß nicht. Jeder, der einen Couple-Account hat, ist ein Rassist. Und jeder, der... Okay. Jeder, der einen Couple-Account hat, sollte in den Kinderheim. Weil ihr braucht bessere Erziehung. Bäh. Ach so. Ich weiß auch nicht. Ich wollte nur sicher gehen. Einfach so Overkill-mäßig. Hey, du bist ja mit einem Thirststrap in der Story und einem Arschgeweih. Also nimm dir lieber ein Beispiel. Ich nehm dir ein Beispiel. Mehr Menschenverachtung. Ich schaff das. Ich schaff das. Grün wählen. Ja, alle Leute, die grün wählen, sollten abgeschoben werden. Du bist gecancelt. Jetzt hast du es geschafft. Ich hab's geschafft. Ich will, dass du noch eine Bestrafung kriegst. Ja, cool. Ich will doch, dass du eine Bestrafung kriegst. Dating-Apps. Ihr einsame Loser. Wer braucht das Internet wirklich heutzutage? Wird die so tief in der Digitalisierung versunken, dass ihr es nicht schafft, in real life irgendwen kennenzulernen? Also entweder ihr seid alle auf dem Spektrum des Autismus. Pff. Mein Bruder ist auf dem Spektrum. Lennart, es tut mir so leid. Du bist der Beste. Auch wenn du manchmal auf Dating-Apps unterwegs bist. Ich liebe dich so sehr. Du bist der beste Mensch der Welt. Big Love. Und auch an alle anderen auf dem Spektrum. Ihr habt's nicht leicht. Und das war gerade nur ganz überspitzt hypothetisch gesagt, um gecancelt zu werden. Aber es war überhaupt nicht so gemeint. Bei denen entschuldigst du dich, aber bei bisher allen anderen nicht, ne? Das ist allein ein Grund gecancelt zu werden. Das war's, ne? Ja. Ich habe Altenheime. Altenheime sind nur eine finanzielle Belastung für uns als Steuerzahler. Altenheime sind gefüllt mit Menschen, die ohnehin sterben werden und das bald nicht mehr für die Gesellschaft leisten. Also könnten wir auch was gegen tun. Der Wert von Menschen sinkt ja auch mit dem Alter. Weißt du, Diek, das Schild war auch schon früher oben. Ich weiß nicht. Du hast den Punkt noch ausgeführt, dass der Wert von den Menschen sinkt. Also, ist es vielleicht deine wahre Meinung? Nee, das heißt, du hast weniger Wert als ich, weil du älter wirst. Ja, okay. Nehm ich. Okay, okay, okay. Jetzt bin ich drin. Kirche. Ihr seid alle lost. Ich trage ein Kreuz als Modeschmuck und gebe einen Scheiß auf eure Religion, auch wenn ich getauft bin und Ministrantin war. Ich bin nur eine Intrigantin vom FBI, um aufzudecken, dass ihr alles Kinderschänder seid. Das war der Point, wo die Grenze überschritten wurde. Okay. Ja, zu sagen sie, ja, ihr glaubt alle an was, das gibt's ja gar nicht. Dafür wird man ja nicht gecancelt. Die Kirche hat eine große Historie von Kinderschändung, muss man sagen. Das ist leider wahr. Bin ich dafür wirklich gecancelt? Hättest du dir doch mal überlegen können. Wenn man einmal googelt Kinderschändung und Kirche, kommen leider viel zu viele Fälle. Kommen extrem viel, ja. Von daher lowkey. Ey, warum hab ich da zugestimmt? Soll ich eine Strafe nehmen? Ja. Weil es war nicht Religion, also alle die religiös sind, sondern Kirche. Ja, Kirche sind alle Kinderschänder. Dafür würdest du stimmen, nicht gecancelt werden, wenn du das so sagst. Es wär so, ja, ein bisschen edgy Meinung so, aber gecancelt wahrscheinlich nicht. Nee, wahrscheinlich nicht. Ich hab eine Strafe gezogen. Story, ich höre mit YouTube auf. Das ist so cringe. Also das Cringeste, was ich machen kann, ist gar nicht zu sagen. Sondern nur Texte schreiben. Sondern so einen schwarzen Screen. Ja. Noch so halb nicht mal richtig schwarz. Ja, find ich gut. Und so in so dieser Schrift schreiben. Riese, das ist so cringe. Ich hasse solche YouTuber, die so eine Scheiße machen. Nehme das jetzt auf. So, das war's. Ich höre mit YouTube auf. Gründe nenne ich bald in meinem letzten YouTube-Video. Nehme das jetzt direkt auf. Digga, das werden Leute glauben, ne? Das werden halt Leute glauben. So 100% werden das Leute glauben. Willst du drücken? Soll ich drücken? Hältst du? Tu es. Oh mein Gott, das ist so cringe. Das ist so cringe. Ich kann das nicht. Ich hab gepostet. Das ist so unangenehm, Leute. Es tut mir leid. Du bist wieder dran. Wir haben nicht mehr so viel. Du bist? Ich bin dran. Mit der nächsten Sache. Skinny-Jeans. Skinny-Jeans. Jeder, der Skinny-Jeans trägt, ist absolut schwul. Mach mal was. Ach so. Du hast noch zwei Sekunden. Okay, du bist schwul, wenn du Skinny-Jeans trägst und du... Oh. Oh, da muss jetzt noch irgendwas kommen. Kyla, wirklich irgendwas. Skinny-Jeans sind sexy. Skinny-Jeans sind sexiest fuck. Ich find's heiß. Ich find Skinny-Jeans heiß. Kyla... Ist das nicht gecancelt? Nein. Ey, ganz kurz. Du hast Skinny-Jeans sind lowkey sexy in einem deiner letzten Videos sogar gesagt. Ganz am Ende. Oh, scheiße. Du guckst ja meine Videos. Ich guck deine Videos. Sorry. Deswegen ist das kein Grund, gecancelt zu werden, weil sonst wärst du ja gecancelt worden. Ja, stimmt. Und einfach nur zu sagen, Skinny-Jeans sind schwul, ist so... Also du kriegst Kritik dafür, aber gecancelt wirst du nicht. Ich werd nicht gecancelt. Also dann werden Leute schon sagen, ey, Kyla, hätte ich nicht von dir gedacht, dass du schwul so als abwertend benutzt. Aber ich glaube... Ich bin Teil der LGBTQ-Plus-Community. Guck. Alles ist so schwierig gerade, über diese ganzen Themen zu reden. Eigentlich, warum cancelst du mich? Findest du es okay, das zu sagen? Ich find's nicht okay. Rezo, gecancelt dafür, dass er mich nicht gecancelt hat. Es ist völlig falsch und queerfeindlich, schwul als Beleidigung zu benutzen. Jedoch leben wir in einer so internalisierten, queerfeindlichen Gesellschaft, dass, wenn einmal jemand das als Abwertung benutzt, die Person nicht gecancelt werden würde, weil es so sehr verankert ist in der Gesellschaft, dass das gar nicht so schlimm ist. Boom. Also da hast du dich wirklich richtig politisch korrekt rausgeredet. Ja, ich habe mich da rausgeredet, ne? Du musst... Ich muss eine Strafe ziehen. Ja. Oh... Oh mein Gott. Straf-Karaoke. Das ist eine Karaoke-Maschine. Und das Beste ist, du darfst dir das Lied aussuchen, was ich Strafe-Karaoke singe. Ole, 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 dicke Tüten, Kartoffelsalat. Der Song, den du singst, und ich gehe direkt in die Hook, ist von DJ Robin und Schürze, Laila. Und... Ich hab'n Punkt. Und meine Punkt-Mama heißt Kyla. Sie ist schöner, jünger, geiler. Ich brech' das mal ab, ich kann's nicht ertragen. Also... Sag mir alle einmal ein Rrrrrrrrrr. So schlimm. Ja, das ist schon nicht angenehm. Wie du mir das Mikro aufgenimmst! Ich tu das mal wieder nach da, ja. Also kann ich das... Ich tu das mal. Nee, war voll... Nee, war schön. Fand ich gut. Dann machen wir mal weiter, oder? Machen wir einfach weiter. Ja! Hier ist Kyla Scheichs. Kyla Scheichs ist so eine... müdeigste Potze. Sie ist ein falscher Mensch, sie ist ein Mensch, der nie was getan hat, im ganzen Leben für irgendwas, nur durch ihr Aussehen, obwohl sie hässlich ist, hat sie Geld bekommen und sie verarscht alle ihre Zuschauer und, Digga, reicht das nicht? Hä? Ich hab dich so beleidigt, ne? Bei der Hälfte war ich noch dabei. Was? Dass du nach dem allen einfach sagst, bei der Hälfte war ich noch dabei. Das sagen manche Menschen im Internet, keiner von denen wird gecancelt und deswegen, ich konnte dich dafür wirklich nicht canceln. Du hättest viel gottloser gehen müssen. Wie? Worauf? Einfach darauf, dass ich keinen Vater hab, geh auf familiäre Dinge. Da hätt ich dich gecancelt. Ja, aber da konnte ich jetzt noch nicht. Ich hätte nie in mir sitzen und sowas sagen. Ach. Ach. Ja, meine Güte. Okay. Straßen. Scharfe Gurke. Okay. Warte, ich vertraue dir damit nicht, dass du das nicht auf meine Couch hier alles gießt. Entschuldigung, du denkst, dass ich halt motorisch eingeschränkt bin, okay, cool. Loki, ich kann das nicht machen selber. Achso, ich soll jetzt. Ich will doch nicht. Digga, ich finde, selbst wenn die nicht scharf wäre, fände ich das so eklhaft. Das sieht so eklhaft. Ich finde, so große, saure Gurken sind immer so labberig. Du beißt da rein, das ist so, bleh. Weiß ich nicht. Und die riecht auch echt eklhaft. Riech mal. Oh mein Gott, es riecht wirklich einfach nach einer Nuklearbombe. Bäh. Ihh, wie da so Saft rauskommt. Schmeckt's? Reicht das? Ne. Alter, ich mach die Regeln nicht. Bäh, ist das eklhaft. Okay, jetzt, jetzt, glaube ich. Bäh. Das ist ja auch ein Artikel, du siehst ja schon am Aussehen, dass der eklhaft sein soll. Also das kauft ja niemand, der damit kochen möchte. Es riecht wirklich hart eklig. Wasch mir mal kurz die Hände. Wasch dir mal die Hände. Wasch vielleicht auch mal deinen Mund aus von der Zwiebel und von dem ganzen Spaß. Vielen Dank, dass du so stark wie ein Krieger dir die Strafen entgegennimmst. Voll, ja. Offene Beziehung. Okay, also Leute mit einer offenen Beziehung haben einfach übelst die Probleme. Noch 20 Sekunden. Das reicht nicht. Ich glaube, ihr seid einfach, ihr müsst alle zum Psychiater gehen und ihr werdet niemals Liebe finden in eurem ganzen Leben. Ihr seid, ähm, eure Eltern lieben euch nicht. Und ihr werdet auch nie Kinder haben, die euch lieben. Oh, echt? Doch. Korrekt? Das ist eure Eltern, dass du die Familie mit reingezogen hast. Das war schon so, da würden schon Leute sagen, boah, Keiler, das geht nicht. Ich glaube, so offene Beziehungen, die manchmal... Alter, du stinkst so aus dem Argen. Ich merke das selber. Sorry. Alter. Du stinkst so aus dem Argen. Aber ich glaube, die Gurke ist viel schlimmer als das Spiel. Ja, ja, ich rieche auch nur die Gurke. Ich trinke gleich so ein bisschen Zahnpasta. Irgendwas. Ja. Vielleicht auch Benzin, damit es rausgeht. Danke, dass du mich gecancelt hast. Boah, Alter, es stinkt aber generell hier, kann das sein? Ja, ich glaube, weil das auch offen jetzt ist. Also es stinkt generell vielleicht auch wegen meinem Abfluss, kann auch sein. Das hier ist... Gebleachte Augenbrauen. Ach, gebleacht. Gebleachte Augenbrauen sind ein Zeichen dafür, dass man keine Vaterfigur hatte und deswegen als Frau auch verstanden hat, wo der Platz von einem selbst in der Gesellschaft ist, nämlich, dass es nur um das Aussehen geht und darüber solltest du dich definieren. Du Stück Scheiße. Frauen sind wie Hunde. Du warst aber schon über der Zeit eigentlich, muss ich sagen. Mit Frauen ist nichts wert, weil ich über der Zeit... Ja, aber du warst leider mit Frauen sind wie Hunde nach 30 Sekunden. Oh, Mann. Wuff, wuff, davor hast du halt mich beschrieben. Also als ich gebleachte Augenbrauen habe, hatte ich auch keine Vaterfigur und ich habe aber gegen mein Bild in der Gesellschaft rebelliert. Stimmt, eigentlich macht man sich ja bewusst... Hässlicher. Das hier ist Shoutout an erste Person im Feed. Du musst mal gucken, wer das ist. Ich weiß nicht, was für Leuten du folgst, aber... Also bei Insta, oder was? Ja, ja, einfach so Shoutout an einfach und ohne Kontext, einfach nur so Shoutout an Sonny Loops. Ich habe eigentlich nie Kontakt mit der gehabt und dann habe ich sie einmal auf Palookaville, wo du ja auch warst, habe ich sie getroffen und bin zu ihr hingegangen, so in diesem VIP-Bereich, sagst du, hi, so und sie so, oh, ich bin voll, voll beruhigt. Ich dachte, du bist so arrogant. Was heißt, hast du dann mal so getan, als wärst du nicht arrogant? Ja, ich habe kurz das überspielt. Gut. Ja. Hast du geschafft. Ja. Das ist so random. Ey, ganz kurz. Ja. Aber wenn ich das poste, nach der Story eben... Oh, mein Gott, du hast da vorgeschrieben, wer ist noch wach und danach schauert an Sonny Loops. Oh, mein Gott, da denkt man ja... Das ist hart. Es tut mir so leid, ne? Das ist hart. Das ist so cringe, wenn du sagst, die Verbindung habe ich gar nicht gemacht. Leute, dann denken Menschen, dass sie sich gemeldet hat und sie noch wach ist oder so. Ich schreibe nur Shoutout an Sonny Loops, weil an dieser Stelle klingt halt wirklich wie so sie ist eine Hohe und slidet in jede DMs rein. So immer, wenn man irgendwo in der Stadt ist und mögeln will, dann kommt Sonny. So klingt es halt. Das klingt halt so... Ja, oh mein Gott, das ist so unangenehm nach der anderen Story. Oh mein Gott. Ey, Sonny, tut mir wirklich leid. Es tut mir wirklich zu 100% leid. Mir tut es ganz Liebe. Es ist ganz, ganz Liebe. Ganz Liebe. Und hat ja auch einen Freund. Also es ist ja total alles so... Es tut uns beiden leid. Ist natürlich unglücklich jetzt gelaufen, ne? Unglücklich gelaufen. Wirklich unglücklich gelaufen. Content. Toller Content. Muss ich noch was für Arbeiten brauchen? Nee, ist cool. Alles easy. Dein letzter Zettel. Wer hat noch einmal gecancelt heute? Wer hat noch ein letztes Mal? Du musst jetzt doppelt so hart sein, damit du gecancelt wirst. Ha! Ja, da musst du doppelt so hart sein. Ja, Männer sind einfach dumme Huren, Söhne sind alle schwanzgesteuert, respektieren Frauen überhaupt nicht, haben einfach nur die Weltherrschaft übernommen, weil sie wissen, dass sie ohne die Biologie der Frauen nicht auskommen würden, weil wir die sind, die Fortpflanzung zum großen. Wir können eure Samen alle einfrieren, wir brauchen euch nicht und sie alle in uns einpflanzen. Ihr habt es nicht geschafft, oder? Irgendwie war das voll schwach. Dafür, dass mich so viele Menschen Männerhasser nennen, war ich gerade irgendwie gar nicht so hart. Ich glaube, mir ist zu viel eingefallen. Ja. Und ich habe einfach so meine ehrlichen Meinungen angefangen. Ich nehme die Strafe. Okay, was ist es? Nein! Was ist es? In einen Business-Chat Memo schicken, in der man bellt. Was für Chats kommen denn in Frage? Meine Management-Gruppe. Pepe, mein Cutter schreibt mir, hey, hörst du wirklich mit YouTube auf? Ich schreibe einfach ihm, ja, sorry, ich ziehe das noch weiter durch. Er tut mir so leid. Oh mein Gott. Ey, der Arme. Pepe. Hallo, Pepe. Dieses Video hier tut richtig weh. Er schreibt, er schreibt, Pepe. Er schreibt, er schreibt, er schreibt. Ist es für dich okay, mich kurz aufzuklären? Oh mein Gott. Das tut mir richtig in der Seele weh. Also, das ist ja viel zu nett. Also, das ist so ein... Er ist so nett. Eigentlich... Pepe, ich liebe dich. Das ist so eine nette Antwort. Okay, danke, Pepe. Jetzt aber das Bellen. Oh mein Gott. Oh nein, ich habe nicht geantwortet. Und die letzte Memo von Debbie, von meiner Managerin, war so eine Ansage, so, weil ich was verkackt habe mäßig. Und ich habe nicht geantwortet. Daraufhin jetzt bell ich einfach. Das ist ja so unangenehm. Das ist so unangenehm. Darf ich direkt schreiben? Das ist... Nein, nein. Nein, nein, nein. Also, wir müssen es jetzt ein bisschen... Oh mein Gott. Ich habe jetzt einfach so gebellt. Da ist die Chefin von meinem Management drin. Da sind vier andere Manager drin. Ich habe so ein Gruppenmanagement, die sind alle in dieser Gruppe. Es wird halt so respektlos. Voll respektlos. Als würdest du es auch gar nicht ernst nehmen. Oh mein Gott, das ist so schlimm. Ja, hier an der Stelle sind wir auch fertig. Mit den Nerven. Mit den Nerven. Mit der Karriere. Es könnte sein, dass es... Nette Karriere. Es war eine Zeit. Es war ein guter Run. Nach ein paar Jahren ist es halt jetzt vorbei. Jetzt ist es vorbei. Wie fandest du mein Spiel so? Ich möchte an dieser Stelle nochmal sagen, sowohl alte Leute als auch Frauen als auch Männer, Kinder, alle Menschengruppen sind ganz wunderbare Menschengruppen und sind toll, so wie sie sind. Und alles ist super. Hey. Ja, ich schwöre es. Da schließe ich mich an. Ich gucke, was die Leute schreiben. Das ist Free Therapy. Kyla, nein, ich brauche deine Videos. Oh, süß. Bist die einzige YouTuberin, die ich schaue. Ich heule doch dann. Ich flehe dich. Denk nochmal drüber nach. Oh, wie süß. Okay, wir müssen das halt jetzt... Gleich im Anschluss nach dem Video klären wir das auf. Oh nein, wie süß. Leute, ihr seid ja so lieb. Danke, dass ihr wollt, dass ich nicht aufhöre. Wie nett. Ja. Da merkt man, wie Leute... Also guck mal, wie nett. Schon sehr nett. Ja, ich kriege Bestätigung. Ja. Ich muss gleich das mit Sonja aufklären. Das ist viel unangenehmer. Kannst du bitte kurz gucken, ob sie geantwortet hat? Vor 8 Minuten gesehen. Sie hat so nichts gesagt. Oh mein Gott. Sie hat nichts gesagt. Sie hat nichts. Sie hat einfach gesehen und dachte sich so... What the fuck? Ey, so sorry. Gebt dem... Ey, wir haben wirklich viel getan. Wir haben alles gegeben. Gebt dem Video einen Daumen nach oben. Schreibt einen schönen Kommentar. Wie gesagt, wortwörtlich seinen Arsch verkauft für das Video. Und wenn ihr das noch nicht genug habt von diesem Cringe hier, dann geht doch gerne zu Rezos Kanal, denn er postet nur Critner Spaß. Wir haben auch ein Video gedreht auf seinem Kanal. Guckt euch das doch auch gerne an und liked, wenn ihr mehr Videos von uns sehen wollt. Wir freuen uns doch da unfassbar doll. Vor allem du. Es ist irgendwie gerade alles weird zu reden. Alles ist weird. Also, ich glaube, wir sollten auch einfach nur still sein und zum Schluss unsere Canceled Shilter hochhalten.